so liebe freunde willkommen zurück zu exit mit einer kleinen pause zwischen den folgen um den stimmig vor allem und diese scheiß Schokopädia könne mich am Arsch um mit ihren tipp geben das Ding einfach größer bauen können ich glaube dass ich das jetzt auch kurz machen werden wo waren die Sachen denn hier das wir dann nämlich auch nach einer Rohstofftour mehr bekommen so zum modellischen ich hoffe das reicht es für einmal außen rum jetzt hat er anscheinend mehr Platz so das kommt weg ja es ist schon spät was war das clear glass ne vorher nicht mehr so liebe Kopfhörer nicht rausfallen und in dieser Folge bauen wir jetzt wirklich mal unser neues Lagerhaus jetzt muss ich kurz muss bloß kurz gucken wie ich das denn machen möchte das das da ist der Ofen oder der Schmelzofen ich hätte ja gern das da will ich ja schon gern im Lagerhaus dass gerade das so die Ecke ist ok ich hole mal etwas Holz und was haben wir denn ich habe da unten extra Holz Mammutbaum 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 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 ne lol welches an der baum blätter samen what the fuck ok haben wir doch nur nicht uuuuuh wie sieht denn das da aus eigentlich das sieht ein bisschen heller aus hmmm hmmm spruce es ist noch spruce wie sieht das aus macht es ist das dunkle m ne 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 aber davon haben wir leider zu wenig ne 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 Hallo, E? Oder doch, Tastatur, funktioniere, danke. Warte, wie sieht, na? Hm, Redwood, Redwood, habe ich das nicht hier oben schon irgendwo verbaut? Doch da... Hm. Boah, Leute, keine Ahnung. Ich baue es jetzt einfach in dem hier. Aber jetzt einfach so entschieden. So, Redwood kommt hier rein. Das ist das Firewood. Ja, gut, davon haben wir auch ein bisschen was. Dann brauche ich aber noch, ähm... Am, 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 das hier. Kleine hier mal ein bisschen... Hier glaube ich dann 13 Öfen. Müssen wir Kohle holen. Ey, fick dich. Warum? So. So. Das ist so... Was? So. So. Das ist so... Was? So. Jetzt laufen sieben. So. Jetzt laufen sieben. So. 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 Also gucken wir mal. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt da hinsetze. Ne. Oh, fuck. Ich muss das so hinsetzen. Äh, nein. Ich muss das... So hinsetzen. Nein. Ich muss das... So hinsetzen. Nein. So hinsetzen. Haha. Ich muss das... What the fuck? So. warum setzt das gleiche hin? Kann man daraus jetzt nicht irgendwie Baumstämme machen, oder? die meisten des 24 log hier viel log muss man finden jetzt verarschen loktörner sind die gieß ich kann hier oh ein ich 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 Vielen Dank.